Hallo und Willkommen auf der neuen Mein Schiff 1. Ich möchte euch eine barrierefreie Balkonkabine zeigen, die zeitgleich für vier Personen zugänglich ist. 90, 39. So, dann schauen wir mal rein. Wie ihr seht, alles sehr, sehr breit, damit man mit dem Rollstuhl auch super durchfahren kann. Hier die Gänge neben dem Bett sind super breit. Wir haben ein großes Doppelbett und wir haben ein Sofa, das man zu einem Doppelbett umbauen kann. So haben wir vier Schlafmöglichkeiten. Wie ihr seht, super breit hier zwischen Schrank und Bett ist unheimlich viel Platz. Das Badezimmer hat natürlich eine sehr breite Tür und ist komplett barrierefrei, sodass man mit dem Rollstuhl auch bis in die Dusche fahren kann. Ja, überall natürlich die entsprechenden Festhalte-Elemente, die man benötigt. Ja, hier haben wir das Waschbecken. Wir haben einen Spiegel auch wieder beleuchtet. Super cool, finde ich super. Aber es ist alles da, was man braucht. Auch noch ein Telefon, falls etwas passiert im Bad und man Hilfe braucht. So, was haben wir sonst noch? Wir haben natürlich ein TV, wie in allen Kabinen, darunter ein bisschen Ablage, einen Stuhl mit Schreibgelegenheit, ein großer Spiegel, die Kaffeemaschine, Tassen, Gläser und da unten haben wir verschiedene Schubladen. Dann gehen wir mal raus auf den Balkon. Ich zeige es auch gerne hier nochmal. Hier ist eine Platte, die jetzt runterfällt. Damit noch dieser Übergang, so, noch eine Sekunde, barrierefrei ist. So kann man dann super innen ausfahren. Ja, der Balkon ist ein bisschen größer. Ist auch klar, man braucht ein bisschen mehr Platz. Hat zwei Stühle, einen Tisch, wie auf allen anderen Balkonen auch. Ja, das war es im Grunde schon. Ich mache mal die Tür zu, da klappt das auch wieder ein. So, super. So, ich schwenke noch einmal durch. Das ist die Balkonkabine für vier Personen, beziehungsweise die barrierefreie Balkonkabine 9039 auf der neuen Mein Schiff 1. Ich sage Dankeschön. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare bitte. Ich gebe euch dann die entsprechende Antwort, sofern ich sie weiß. Macht's gut, danke und tschüss.